Wir hatten damals dieses Softwareprojekt mit diesen riesengroßen Oberflächen, die wir gebaut haben. Und egal was wir gemacht haben, egal was wir angefangen haben mit den manuellen Tests, haben wir die Qualität nicht hinbekommen. Und das ist was, was ich dann wirklich auch mitgenommen habe und was ich besser machen wollte, als ich alleine angefangen habe, wirklich Softwarequalität über Testautomatisierung hinzubringen, aber auch die Verbindung von Software und Lebensqualität und Arbeitsqualität herzustellen. Diese Verbindung Lebensqualität, Arbeitsqualität war auch genau das, was mich sehr angesprochen hat, als du mir von deinem Projekt und deinem Produkt auch erzählt hast und dann auch deiner Firmenidee. Und das hat mich dann ja auch überzeugt, da mitzumachen. Und es ist natürlich super und schön, dass wir es geschafft haben, ein stabiles Produkt hier in den Markt zu bekommen, im Markt zu halten und an jetzt über 1300 Kunden auch weltweit zu verkaufen. Das ist einfach ein toller Erfolg, glaube ich, den wir da alle haben. Das ist technisch erfolgreich, ökonomisch erfolgreich und auch wirklich der Schlag dazwischen zum Miteinander, zur Lebensqualität, der ist uns auch geglückt. Man merkt jeden Tag hier, die Leute kommen gerne rein, wir kommen gerne rein. Es macht Spaß hier zu arbeiten, jeder bringt sich ein und diese Kunden weltweit werden von einem kleinen engagierten Team super betreut. Auch der technische Anspruch für die Entwickler ist immer gegeben. Es wird nie langweilig, es geht immer weiter, immer weiter. Auch an der eigenen Qualität ständig weiter zu feilen, es bleibt ein ständiger Anspruch. Wir können zum Glück die Rahmenbedingungen so schaffen, dass sich jeder so einbringen kann. Viele haben Familie, Family First, zwei Tag Home Office. Da ist es natürlich einfach schön, einmal in der Woche miteinander essen zu gehen oder... Darm verblassen beim Kickern. Oder Mittagsschlaf, wenn jemand eher diese Runde braucht. Zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Kunden, wir zufrieden, Spaß miteinander. Das Ganze auch noch ökologisch sinnvoll. Es entwickelt sich weiter. Qualität, Spaß auf allen Ebenen. Das ist richtig schön zu sehen. Und dieser Spaß ist ja auch ein tolles Feedback, was wir bekommen haben von unseren Mitarbeitern. Und letztendlich, was ja auch dann in diesen Preis gemündet ist, den wir ganz unerwartet eigentlich erhalten haben, diesen Great Place to Work Preis. Und ja, das ist schon eine sehr, sehr schöne Bestätigung auch, dass das Konzept gut funktioniert. Das ist so ein Gesamtpaket, das uns ausmacht, stolz und erfolgreich macht. Ja. Und so darf es bleiben. Und weitergehen.